Wie lecker, dachten die Tiere. Doch dann passierte das. Nicht nur Kindern, auch den Tieren können lustige Sachen passieren. Kennst du Igel, Frosch und Dohlen und weißt, wo sie sich Futter holen? Hummel, Eichhörnchen und Biber, die naschen gern. Je öfter, desto lieber. Aber beim Essen geht auch mal was schief. Zum Beispiel, weil jemand tief schlief. Nun schau mal, was die Tiere machen. Das ist wirklich sehr zum Lachen. Der Grünspecht. Die Vogelkinder werden früh geweckt. Ich weiß, wo sich der Wurm versteckt. Vergeblich warten sie vorm Loch. Warum? Die Würmer unten schlafen noch. Wusstest du schon, dass der Grünspecht auch Lachvogel genannt wird, weil sein Gesang manchmal wie menschliches Lachen klingt? Die Hummel. Die Hummel fliegt zum Fingerhut. Der Nektar schmeckt besonders gut. Doch kugelrund vom Gaumenschmaus. Oh je, wie komm ich wieder raus? Wusstest du schon, dass Hummeln auch rückwärts fliegen können? Der Eisvogel. Im Wasser da unten, da blinkt doch was. Schon stürzt er sich ins kühle Nass. Von oben warnt jedoch der Specht. Pass auf, der ist doch gar nicht echt. Wusstest du schon, dass der Eisvogel auch fliegender Edelstein genannt wird, weil sein Gefieder in vielen verschiedenen Farben schimmert? Der Frosch. Da bist du ja, du leckere Fliege. Wie ich dich wohl am besten kriege. Hat er sein Mittagessen jetzt? Nur fast. Die lange Zunge schlingt sich um den Ast. Wusstest du schon, dass es 5800 verschiedene Froscharten gibt? Der Graureiher. Aha, da ist er ja, mein Fisch. Mh, lecker. Wie der glänzt, so frisch. Der Schnabel schießt ins Wasser wie ein Speer. Doch dieser Fisch, der stellt sich quer. Wusstest du schon, dass Graureiher in Kolonien in Baumwipfeln brüten und sich laut krächzend um Nistmaterial streiten? Das ist schon von weit her zu hören. Der Biber. Die Birke fällig. Wäre doch gelacht. Mit meinen Zähnen ist das schnell gemacht. Der Baum, der fällt. Der Wald ist dicht. Der Wald ist dicht. Die Knospen oben kriegt er nicht. Wusstest du schon, dass Biber den Eingang ihres Baus unter Wasser haben, damit sie vor anderen Tieren geschützt sind? Der Bau wird auch Biberburg genannt. Die Dohlen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Da oben wächst der grünste Kohl. Wie komm ich dran und krieg den wohl? Da kommt jemand. Schnell ins Versteck. Der leckere Kohl. Der leckere Kohl. Der ist gleich weg. Wusstest du schon, dass Kaninchen bei Gefahr pfeifen und mit den Hinterläufen trommeln? Der Bundspecht. Der Bundspecht. Was seh ich drüben an dem Baum? Ne dicke Larve. Was ein Traum. Der Bundspecht irrt und ruft schon. Ihhh. Zu spät. Der Schnabel klebt am Kaugummi. Wusstest du schon, dass Bundspechte beim Klopfen auf Holz die Augen schließen, um sich vor umherfliegenden Spänen zu schützen? Der Igel. Mhhh. Dieser Birnenduft. Könnte ich nur fliegen in die Luft. Da kommt, wie aus dem Nichts, von oben die süße Birne schon herabgeflogen. Wusstest du schon, dass Igel hohle Stacheln haben, weil die viel leichter sind? Immerhin sind es 8000. Der Hirschkäfer. Ein Pilz. Der wollte sich verstecken. Ich konnte ihn aber doch entdecken. Der Käfer klettert rauf, voller Entzücken, rutscht ab und landet auf dem Rücken. Wusstest du schon, dass Hirschkäfer-Männchen so lange miteinander um ein Weibchen kämpfen, bis einer mit dem Geweih vom Baum geworfen wird? Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Die verstecke ich mir am Zaun, diese Walnuss, rund und braun. Im Winter ist der Hunger groß. Doch nein, wo ist sie denn jetzt bloß? Wusstest du schon, dass Eichhörnchen ihren Schwanz als Steuerruder, Fallschirm und Decke nutzen? Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. wir sehen uns im letzten Jahrhundert quer! Hier sind auch schon former aller Zeiten. 1